Die Amazon Prime Days gehen in die nächste Runde und 2024 zum zehnten Jahr in Folge. Und dieses Jubiläumsdatum ist natürlich was Besonderes und wir dürfen gespannt bleiben, ob uns Amazon hier natürlich mit besonderen Schnäppchen versorgt und wir noch mehr profitieren können und günstig kaufen können. In diesem Video möchte ich dir alles rund um die Amazon Prime Days am 16. und 17. Juli bereitstellen, wie du dich darauf vorbereiten kannst, welche Neuerungen es gibt für Amazon Prime Mitglieder und alles was du beachten solltest. Viel Spaß bei diesem Video, bleib unbedingt bis zum Schluss dabei. Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal, ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und dabei seid. Ja, wie bereits angesprochen, finden die Prime Days wieder statt und zwar am 16. und 17. Juli ist es wieder soweit und das zum zehnten Mal in Folge. Da dürfen wir wirklich gespannt sein, ob uns Amazon hier besondere Leckerlis zur Verfügung stellt. Einen haben wir definitiv schon, der so noch nie vorgekommen ist, das zeige ich euch auch gleich direkt. Als erstes möchte ich euch allgemeine Informationen bieten. Vorerst einmal, wenn du neu dabei bist und dich solcher Content interessiert, wie auch das Kaufen und Verkaufen und Reselling auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay und allgemein um im E-Commerce, dann abonnier auf jeden Fall diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr und bist immer up to date. Und gib dem Video natürlich für diesen Content schon mal einen Daumen nach oben, das freut mich und lässt uns als Community wachsen in dem Fall. Ja, lass uns mal einen Blick drauf werfen. Allgemeine Informationen erstmal dazu. Prime Days sind nur für Prime Mitglieder. Natürlich musst du erstmal Prime Mitglied sein, aber es ist immer noch so, dass 30 Tage kostenlos das Ganze getestet werden kann und dann bist du vollwertiges Prime Mitglied und kannst selbstverständlich einkaufen, streamen und sparen. Ja, das was wir wollen. Für Azubis und Studenten gibt es natürlich auch besondere Konditionen und auch für Leute, die rundfunkbeitragsfrei sind, keinen Rundfunkbeitrag bezahlen müssen, was ja viele ärgert. Auch die bekommen Sonderkonditionen. Schaut euch das Ganze an. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, zu den Prime Days allgemein. Ich bin immer dabei natürlich und schaue mir die Deals ein, die wirklich profitabel sind, zum günstig kaufen und weiterverkaufen und ihr dürft davon profitieren. Ich teile nämlich mit euch direkt per WhatsApp auf euer Handy mit den Deals, die wirklich profitabel sind. Informationen dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Tritt einfach dem Kanal auf WhatsApp bei bei mir und so kannst du dann direkt die Deals auf dein Handy per WhatsApp bekommen. So, gucken wir uns mal weiter an, was hat uns hier Amazon denn schon bereits zur Verfügung gestellt. Es gibt schon allgemeine Angebote und die ersten Angebote und Reduzierungen. Ihr könnt euch das Ganze auch anschauen. Findet ihr auch einen Link unten in der Videobeschreibung. Guckt euch an, was für euch hier interessant sein könnte. Kauft nicht einfach so, wo ihr denkt, ja könnte ich gebrauchen und dann landet es irgendwo in der Ecke. Nee, macht das wirklich gezielt. Ich zeige euch auch gleich, wie ihr wirklich gezielt auch nach bestimmten Preisen das Ganze überwachen könnt, falls dieser Preis erreicht wird oder nicht. Zeige ich euch definitiv gleich erstmal zu allen Vorteilen von Amazon. Gehen wir mal drauf ein. Es gibt halt verschiedene Dinge. Erstens, ihr habt hier Audible. Drei Monate kostenlos testen könnt ihr das Ganze als Prime-Mitglied natürlich. Und ihr habt hier Prime Video, wovon ihr auch profitieren könnt. Des Weiteren haben wir hier Fotos, Amazon Fotos. Derzeit gibt es sogar einen Aktionsgutschein von 15 Euro, den ihr einlösen könnt. Das Ganze, wie gesagt, hier in den Bedingungen verankert. Schaut euch das Ganze an. Und was ich schon angesprochen habe, so gab es das noch nie. Und zwar Amazon Prime Music. Und zwar die Unlimited Version. Musik Unlimited, das Ganze werbefrei komplett. Fünf Monate gratis testen. Super cool. Also schaut euch das definitiv an. Normalerweise kostet das 11 Euro pro Monat. Sonst ist das natürlich ein sehr gutes Angebot. Weitere Vorteile, von denen ihr profitieren könnt als Amazon Prime-Mitglied, sind natürlich auch sehr attraktiv, wie zum Beispiel auch der Premium-Versand. Oder auch für alle Gamer unter euch, gibt es hier viele kostenlose Spiele, die ihr herunterladen könnt und spielen könnt. Sehr interessant. Vor allem das Ganze geht auf dem Fernseher, über den Controller und vieles mehr. Was neu dazu gekommen ist bei Amazon Prime, ist die unbegrenzte Gratis-Lieferung bei Lieferando. Falls du also öfters bei Lieferando bestellst, schaust dir mal an. Einige der Restaurants beliefern dich jetzt gratis. Natürlich bei einem Mindestbestellwert von 15 Euro, den du einhalten musst. Aber auch verschiedene andere geltende AGBs solltest du dir hier durchlesen. Und auch hier kannst du davon profitieren. So, wie bereitest du dich denn nun auf verschiedene Angebote vor? Ich suche mir mal jetzt ein Angebot hier mal raus. Zum Beispiel so einen Bollerwagen. Wie gehe ich da jetzt zum Beispiel ran? Ich schaue mir zum Beispiel dieses Angebot an und schaue, wann und wo gab es schon mal gute Angebote. Und wenn ich hier zum Beispiel sehe, 161,49 Euro gab es mal ein Blitzangebot. Und zwar am 17. Juni, mitten diesen Monats zum Beispiel. Stand jetzt kostet er aber 159 Euro. Das ist ein sehr gutes Angebot. Stand regulär kostet er bei 200 Euro oder auch 190 mal auch 170. Wir können dieses Tool der Preishistorie nutzen und zwar Keeper. Dazu habe ich bereits mal ein Video gemacht. Schau es dir gerne an. Oben in der Infobox kannst du es dir gerne anschauen oder unten in der Videobeschreibung. Hier können wir das Ganze uns sortieren lassen und schauen, wie verhält sich der Preis so in der Vergangenheit. Und können natürlich zu dem besten Preis zuschlagen. Sicherlich wird der Preis jetzt nicht noch weiter runter gehen, denn das ist schon bereits ein Blitzangebot. Und meines Wissens oder wie das hier zeigt, ist es einer der besten Preise gewesen. Der beste Preis ist hier bei 139 mal gewesen. Wie könnt ihr nun mit dem Tool Keeper den Preis überwachen, um euren Wunschpreis angezeigt zu bekommen? Ihr klickt hier oben auf Preis überwachen und könnt dann verschiedene Preise festlegen. Ihr könnt sagen, ja den tiefsten Preis, der schon mal gewesen ist, da schlage ich zu. Und dann wählt ihr natürlich das Ganze aus. Für Amazon könnt ihr das separat auswählen, aber ihr habt auch die Möglichkeit neue Artikel auszuwählen. Das heißt von anderen Verkäufern, sagen wir mal, ja bei 150. Und bei Gebrauchtartikeln habt ihr die Möglichkeit auch hier eine Preisüberwachung einzustellen. Zum Beispiel bei 100 Euro würde ich diesen Bollerwagen kaufen. So, weil der Preis natürlich nicht sofort erreicht wird, könnt ihr hier auch die Skala festlegen. Wie lange wollt ihr den Preis überwachen? Ihr könnt das Ganze ab zwei Wochen für zwei Wochen machen. Aber ihr habt hier die Möglichkeit bis zehn Jahre nach vorne das Ganze zu überwachen. Wird natürlich keiner so lange machen, aber für ein Jahr ist das schon eine sehr gute Einstellung. Und dann klickt ihr auf Wunschüberwachung abschicken. Und so werdet ihr dann direkt benachrichtigt per Mail. Aber auch im Browser wird das eingeblendet, dass euer Preis erreicht ist. Nun könnt ihr für eure Produkte, die ihr auf jeden Fall auf eurer Liste stehen habt und auf einen sehr guten Preis wartet. Oder auch vielleicht für Resellingszwecke nutzen möchtet. Dann eine Preisüberwachung festlegen, um hier direkt informiert zu sein. Und ihr werdet relativ schnell benachrichtigt und müsst auch schnell sein. Weil, wer es kennt, bei Amazon Prime Days wird natürlich sehr gute Preise geboten. Und hier greifen sehr viele Leute direkt schnell zu. Hier zum Beispiel habt ihr hier eine Skala angezeigt, wo jetzt beispielsweise schon 70% eingelöst worden sind. Wenn es bei 100% ist, kommt in der Regel wieder der reguläre Preis. Und so hat man die Chance verpasst, zu einem guten Preis dieses Produkt zu kaufen und zu sparen. Ich freue mich jetzt schon auf die Prime Days und bin für euch dabei und teile mit euch die Angebote und Schnäppchen, um hier profitabel zu resellen. Ich freue mich, wenn du auch dabei bist. Falls du Fragen hast oder du möchtest gerne teilen, welche Produkte für dich speziell interessant sind, dann gerne die Kommentarfunktion nutzen dafür. Ich gehe so schnell wie möglich darauf ein und wir können hier miteinander und voneinander profitieren. Ich wünsche auch dir viel Spaß dabei und viel Erfolg vor allem bei guten Deals. Bis zum nächsten Video. Ciao.